Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Box, das hier ist Mino Party 4 und... Ich dachte schon, mein Controller geht nicht. Oh mein Gott. Was, du bist müde? Ja. Okay. Vielleicht gehen wir nicht diesmal. Oder auch nicht? Hat ein gewisses Handicap diesmal. Also ich. Du hast ein Handicap? Ja, weil ich ja müde bin. Zu viel an dir selbst rumgespielt. Nee. Nee? Gut. Nee, ich hab heute einfach zu wenig Kaffee getrunken. Drei Liter waren einfach zu wenig. Ja, das wär auch ne Idee gewesen. Kaffee mal trinken, ne? Ha, ja. So, los geht es in das nächste Abenteuer. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hab Angst. Oh. Who's Haunted Bash? Das ist ne schöne, viereckige Map? Fragezeichen? Ich würfel jetzt erstmal ne Eins. Ich halte es denn da davon. Das wär eine Idee. Mh, knapp. Pox, aber jedenfalls bist du nicht letzter, ne? Pox, hey. Du bist jedenfalls mal auf Platz 1. Du auch. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ah. Komm mal. Der erste Stern ist ganz nah. Der ist wirklich sehr nah. Der ist ein bisschen zu nah. Da stand noch irgendwas mit 20 Münzen, oder steht das selber? Komm mal. Okay. Ich muss das erste Minispiel erstmal gleich gewinnen. Gut, passt. Das war Absicht, ne? Ja. War alles geplant. Okay. So war das von geplant. Ey, das hier auch. Schwierig, ja. Hoffentlich ist das erste Minispiel vorbei. Ach ja. Okay, deswegen war das geplant. Oh, ich versteh schon. Alles klar. Pst. Was denn? Mann. Nein. Das darf doch keiner wissen. Ach, Entschuldigung. Echt. Halt am Abzug. Mein neues Minispiel, oder? Also bei mir wäre noch ein Fragezeichen dran. Das kann aber auch sein, dass ich beim letzten Mal einfach das Speichern vergessen habe. Ne, das war bei uns das Speichern einfach nur. Bei uns beiden. Jep. Jep. Das Speichern. Das hat nur im allerersten... Irgendwie, ja. Ist schon länger her. Ja, ja. Aber, ähm. Tro wird sowieso wieder verkacken. Das weiß ich jetzt schon. So. Ich bin der mit dem Grün, ne? Ach, verdammt. Jawoll, ja. Ja, der Tro hat es einfach drauf. Nee, halt, warte. Ich denke zu mir, das wird lila. Ach, Mann. Gibt es doch nicht, oder? Wie langsam kann man denn sein? Ich dachte, du bist müde. Ja, dann frag mal, wie schnell ich bin, wenn ich wach bin. Ha, ha, ha. Ich sage, es ist grün. War wohl nichts mit grün, oder? Dumm, Bebe. Ah, das ist ein klarer Sieg für Droh. Ja. Sag, ich musste gleich als allererstes das mit mir in den Stern holen. Jep. Das kann ich auch hochwürfeln. Was? Hochwürfeln? Hä? Was? Ja, hochwürfeln. Ne 10. Achso. Oh. Du, Sackgesicht. Machst du es so wie Daisy, oder? Ne. Ja, jetzt wollen wir mal eine 10 würfeln. Ach, eine 6, verdammt. Ja, Droh. Na gut, ich muss ihn ja in den sauren Apfel beißen. Hast du immer noch 20. Hast du ja Glück gehabt. Und du rennst dann vorbei. Mach ich schon da ohnehin schon viel weiter vorne wie du. Ach nein, verdammt. Ähm. Ja. Ja, dann gucken wir mal in den Itemladen. Vielleicht können wir hier was Tolles kaufen bei Buhu. Äh. Ja, kann man, aber du nicht. Lenk mich. Er macht immer so verlockende Angebote und dann kann ich es nicht durchführen, weil dann die da ist. Ach komm schon, das ist doch unfair jetzt, oder? Ach. Ja. Karma is a bitch. Ja. Okay. Nächstes Minispiel. Droh hat gleich einen Stern. Ich muss mit Droh zusammen spielen. Das musst du gewinnen, ja. Was? Kerkardoppel. Oh, das haben wir glaubwürdig noch nicht, oder? Das hat mir jetzt auch so spontan nix. Nee, das hat mir jetzt wirklich nix. Hilf deinem Partner, alle Hindernisse in diesem Verlies zu überwinden. Bewegen, springen, Hebel betätigen. Ähm. Plattform rotieren. Plattform rotieren. Ballon aufblasen. Oh nein, das verlieren wir. Oh, scheiße. Vielleicht, weil da ein L dabei ist? Ja. Gut. Ähm, das hatten wir schon mal. Nein, das hatten wir noch nicht. Los, dann geh mal da vorne hin und wir drücken immer den Nebel. Nein, mach Attacke. Weh drücken. So. Komm. Siehst du, so schnell geht das. Komm. Ich hab gehört, du gibst Gas. Los geht's. Oh nein. Okay, ist auch daneben gesprungen. Ähm. Dauert nur elendig lange. Hallo? Hey, ohne Scheiß. Ich bin gesprungen. Okay, ähm. Daisy ist Gott sei Dank genauso dumm. Warte. Ich sagte, warte. So, jetzt. Tut mir leid, ich hab nicht geguckt. So. Wuch. Warte, warte, warte. Oh. Ernsthaft. Hättest du mir das nicht hindrehen können? Ich dachte eigentlich, du springst gerade. Das ist voll schwer, weißt du das? Weiter. Jetzt müssen wir die richtige Röhre finden. Ich nehm die linken. So, hier genauso das gleiche. Einer ist es vorne links. Hab's gesehen. So, und jetzt super LR. Siehst du, mein LR funktioniert. Was? Da haben wir ja doch nochmal Glück gehabt am Schluss, oder? Ja. Nachdem ich's so verkackt hab. Juhu. Wir können rausfliegen. Die beiden müssen da bleiben. Puh. Das war echt knapp. Das war ein bisschen wirklich knapp, ja. Sie hatten zweimal echt Vorsprung, ne? Dreimal. Ja. Aber am Schluss haben sie's halt verkackt bei den Röhren. Ja, das war unser Vorteil. Wir aufmerksame Spieler sind. Ja. Positive ist dadurch, dass ich gewonnen habe. Du hast 30 Münzen. Ist schon klar. Ich hätte jetzt auch 20. Wäre das zuvor schon so passiert, ne? Also. Ich bin beide auf das erste rote Feld. Das ist aber auch knapp, ne? Wenn ihr 16 Münzen habt. Und jetzt an dir vorbeiläuft. Verschröre. Okay. Oh. Na, Gott sei Dank bekommt sie den Eiter. Hm. Noch noch Maxi-Pilz. Yay. So, und jetzt verkack ich's und würfel nur eins. Gut. Ich würde jetzt ein richtiges Arsch-Sandard einfach Nein sagen, ne? Und dann? Wo komme ich hin? Nee, du kommst ja nicht zurück. Ach so. Ich bin ja schon. Klar. Aber damit kommt ja gar niemand. Richtig. Ich hätte weiter Punkte sammeln können. Nee. Nein. Ganz außenrum. Wirklich. Ja. Ganz außenrum. Wirklich. Und ich krieg's auch noch Münzen. Das wird so unglaublich lange dauern. Bis wir zum nächsten Stern kommen, meine ich jetzt. Hm. Es kann natürlich auch passieren, dass gleich gar niemand mehr Münzen hat. Unter Umständen. Okay, er nimmt hier nur 20 Münzen. Ach. Habt's sehen. Ach nee, allen. Von allen. Lol. Lol. Steinigt ihn. Naja, kann ja mal pass... Warum tut sie das überhaupt? Nur um Buu mal gesehen zu haben? Nee, damit sie einmal im Kreis gehen kann. Ah, okay. Ja, klar. Oh nein. Ja, okay. Den würdest du wahrscheinlich von dir nehmen. Oder auch nicht. Ach nee, da ist jetzt der Weg weg. Oh, scheiße. Oh. Ah, der ist da unten jetzt aber auch weg, oder? Ach, nein. Das ist jetzt nicht. Schon wieder so ein Zweier-Minispiel. Oh, Klippenhänger. Das ist wieder das tolle Spiel, wo wir wieder keine Vibrationen anhaben, weil ich das vergessen habe anzumachen. Verdammt. Und ich darf schon wieder nicht mit Ro zusammenspielen. Oh, ich bin jetzt mal auf der rechten Seite. Was bedeutet was? Nix. Okay. Du bist einen Zentimeter weiter oben. Ah, verdammt! Danke dir. Ich suche, ich suche, ich suche. Hast du ein Glück, dass sie sich festgehalten hat? Ich war an dem Abhang gestanden, da war es nicht so schlimm. Ja, meine ich ja. Da hast du ein Glück gehabt, dass sie sich festgehalten hat. Ach so, sonst hättest du mich runtergezogen, meinst du, oder wie? Ja. Das ist eigentlich nur ein Reaktionsspiel. Ja, klar. Du musst einfach nur auf den Wind achten, wann er wirklich das gibt. Oh nein, ihr seid schon gleich da. Wie unfair. Ach, verdammt. Das war schon wieder so. Nicht knapp. Nee. Ich hab mich aber öfter festgehalten als du. Ich hab extra mal drauf geachtet. Also du bist dann wirklich so weitergezogen und weitergezogen. Ich so, scheiße, fuck. Das geht nicht. Ich muss. Ich bin halt auch zweimal abgerutscht dafür, ne? Oder dreimal. Ja. Aber es war trotzdem, also es war echt... War echt nicht lustig. Also ohne Vibration ist es echt hu. Besonders, weil er gesagt bekommt, die haben ja Vibrationen. Nee, haben wir ja eben nicht. Ja, klar. Mit wem denn? Mit wem will sie den jetzt tauschen? Oh, mit dir? Ernsthaft? Ja, wow. Respekt, Respekt. Der eine Platz hat's jetzt gemacht. Ja. Ich hätte in dem Augenblick eher den Super- oder den Maxi-Pilz genommen, aber... Meine Güte. Die ist Brünette. Was erwartet man? Also nix jetzt hier gegen Brünette. Da, ne? Also so ist es jetzt nicht. Wo jetzt hier gleich das ganze Hate losgeht. Huuuuh. Der ist gegen Brünetten. Hey, der Droh. Bissar Umfeld. Toll. Ich nehm die große Kette. Du bekommst einen Maxi-Pilz. Yay. Oh. Yay. Wahrscheinlich das letzte Minispiel in deiner Folge. Jawoll. Habe ich gut mitgerechnet. Habe ich durch hier mitgecheckt. Oh, 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 oh. Hm. Haben das Gesetzes. Wieder Punkte für mich. Verstanden nochmal? Ja, ja, Attacke. Attacke. Attacke, 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 Attacke. Mäp, mäp. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom. Du wolltest mich gerade schon beschweren. Ich kann nicht wechseln. Bei mir sind keine. Wir sind falsch rumgegangen. Ach, verdammt. Boom. Was soll denn das? Ich habe gerade meinen zweiten. Ah. Nee, 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 nee. Und mit diesem epischen Los. Möchte ich mich ganz herzlich von der Verschwinden, wenn es das gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Haut an, macht's gut zum nächsten Mal. Tschüss.